USA, das Unternehmen Watch on Earth, ein Versandhandel für Produkte für den Heim- und Freizeitmarkt. Anwender von Storopacksystemen. Loose Fill gehört dazu. Federleichte Chips aus EPS oder Pflanzenstärke. Antistatisch und staubfrei. Das System arbeitet mit Silos platzsparend im Deckenraum untergebracht. Luftströme transportieren die Chips direkt zu den Packstationen. Automatisch. Nach jeder Entnahme wird Material nachgefüllt. Ein System versorgt bis zu zwölf Füllstationen. Kluge Integrationslösungen von Storopack. Das Personal steuert das Auslassventil über ein Fußpedal. Je nach Bedarf mehr oder weniger. Überschuss wird recycelt. Packen leicht gemacht mit Storopack.